Viele institutionelle und staatliche Organisationen konnten sich trotz zahlreicher Appelle führender Vitamin-D-Forscher bis heute immer noch nicht durchringen, wenigstens den Vitamin-D-Mangelgrenzwert von 20 Nanogramm pro Milliliter auf 30 Nanogramm pro Milliliter anzuheben. Folgt man beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder dem Robert-Koch-Institut, so könnte man meinen, dass alle Werte, die sich über der 20-Nanogramm-Marke befinden, völlig ausreichend sind. In diesem Beitrag belegen wir, warum euer Vitamin-D-Spiegel eher bei mindestens 60 Nanogramm pro Milliliter oder eventuell sogar darüber liegen sollte. Quellen findet ihr wie immer im angepinnten Kommentar unter dem Video. Viele Jahrzehnte war es üblich, Referenzwerte, also Normalwerte im Blut dadurch festzulegen, dass die Messwerte bei einer Anzahl von Normalpersonen bestimmt wurden. Als Normal werden solche Ergebnisse bezeichnet, die bei 95% aller gesunden Untersuchten gefunden werden. Unabhängig davon, dass die Referenzbereiche für ein und denselben Parameter, abhängig von der verwendeten Analysemethode und dem Messgerät, stark variabel sind, wurde man sich in den vergangenen Jahren zunehmend der Problematik bewusst, dass die Auswahl der Normalpersonen schwierig und mit Blick auf das gewählte Verfahren mehr als fraglich ist. Angesichts der weit verbreiteten chronischen Krankheiten und den in der Regel bereits Jahre vor dem Krankheitsnachweis bestehenden Stoffwechselstörungen der Bevölkerung kann dies sicherlich nicht mehr einfach eine repräsentative Auswahl aus der Bevölkerung sein. Eine korrektere Vorgehensweise für die Festlegung eines Normalbereiches ist die Dokumentation des Vitamin-D-Gegenspielers namens Parathormon, kurz PTH. Das wie das Vitamin-D für den Calciumstoffwechsel im Blut zuständig ist. Sinkt der Vitamin-D-Spiegel im Blut ab und ist damit die Calciumaufnahme aus dem Darm nicht mehr sichergestellt, steigt kompensatorisch das Parathormon im Serum an, wodurch vermehrt Calcium aus den Knochen mobilisiert und somit die Grundlage für Osteoporose geschaffen wird. Bezeichnenderweise finden sich niedrige Parathormonwerte erst in einem Vitamin-D-Bereich von über 40 Nanogramm pro Milliliter. Hamburger Osteologen haben einen weiteren eleganten Nachweis für die physiologische Untergrenze des Sonnenhormons im Blut geführt. Sie konnten auf der Basis von Knochenbiopsien zeigen, dass unterhalb von 30 Nanogramm pro Milliliter die Verkalkung des neu gebildeten Osteoids im Knochen nicht mehr gewährleistet ist. Dadurch entsteht eine Osteomalazie, die im kindlichen Alter als Rachitis bezeichnet wird und seit der Einführung der generellen Vitamin-D-Supplementation bei Säuglingen dadurch zunächst weitestgehend verschwunden war. Jedoch teilweise auch wieder aufgrund unseres Umgangs mit Vitamin-D auftaucht. Auch im Rahmen klinisch-epidemiologischer Untersuchungen finden sich deutliche Hinweise, dass der untere Referenzwert des Vitamin-D-Spiegels eher bei 40 Nanogramm pro Milliliter zu suchen ist als bei 20 Nanogramm. So zeigt eine Meta-Analyse aus 32 Studien zur allgemeinen Sterblichkeit in Abhängigkeit vom Vitamin-D-Spiegel eine gesteigerte Mortalität unterhalb eines Wertes von 40 Nanogramm. Ein weiterer physiologischer Parameter ist der Übertritt von Vitamin-D der Mutter in die Muttermilch. Dies geschieht sogar erst ab einem Vitamin-D-Spiegel von über 48 Nanogramm pro Milliliter. Aus diesem Zusammenhang erklärt sich, warum infolge des weit verbreiteten Vitamin-D-Mangels der Mütter die Muttermilch praktisch frei von Vitamin-D ist. Dies hat übrigens früher auch bei gestillten Kindern zur Rachitis geführt. Umgekehrt konnte gezeigt werden, dass durch eine ausreichend hohe Supplementation der Mutter in einer Studie z.B. 6400 Einheiten pro Tag ein für die kindliche Versorgung adäquater Vitamin-D-Spiegel in der Muttermilch erreicht wird. Neueste Erkenntnisse stellen aber nun sogar den bislang von führenden Vitamin-D-Forschern festgelegten optimalen Vitamin-D-Spiegel von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter in Frage. Einer dieser Vitamin-D-Koryphäen ist Michael Hollick. Er publizierte im November 2019 eine randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie, bei der die Genaktivität nach verschiedenen hohen Vitamin-D-Verabreichungen beobachtet wurde. Diese Studie habe ich euch bereits in einem anderen Video vorgestellt. Die 30 Probanden wurden dabei 6 Monate lang in 3 Gruppen mit Vitamin-D-Dosen von jeweils 10.000, 4.000 und 600 Einheiten täglich versorgt. Die bahnbrechende Erkenntnis dieser Studie fand sich bei den höchst dosierten Teilnehmern, denn hier führten die beachtlichen mittleren Vitamin-D-Spiegel von 78,8 Nanogramm pro Milliliter zu einer Hoch- bzw. Runterregulierung von insgesamt 1.289 Genen. Die Gruppe, die mit 4.000 Einheiten supplementiert wurde und deren Spiegel dadurch bei 40,8 Nanogramm pro Milliliter lagen, konnte immerhin noch 320 Gene regulieren, während es die niedrig dosierte Gruppe mit 600 Einheiten nur auf einen Spiegel von ca. 24 Nanogramm und eine Regulation von lediglich 162 Genen brachte. Eine volle Entfaltung des Vitamin-D scheint demnach also erst bei Spiegeln von deutlich über 60 Nanogramm stattzufinden, natürlich nur bei täglicher Gabe, was auch schon in einem anderen Video auf diesem Kanal erläutert wurde. Noch mehr Argumente, die sich für höhere Vitamin-D-Spiegel aussprechen, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal in der Vitamin-D-Playlist, aber auch auf der Seite der Sonnenallianz.